Guten Abend, Frau Weidel. Guten Abend, Herr Kleber. Wie haben Sie den Tag erlebt? Als aufgenommen oder ausgegrenzt im großen Rund? Wir haben den Tag als sehr konstruktiv erlebt. Wir hatten Debatten über Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag. Wir haben gewählt. Das war insgesamt sehr lebhaft. Das ist gut für die Demokratie. Nun kennt man ja die AfD als eine Partei, die gerne poltert im Wahlkampf, auch sehr auf Aggression setzt. Sie hatten immer angekündigt, das würde im Bundestag dann anders, konstruktiver. Nun ging es gerade los, gerade in dieser Geschäftsordnungsdebatte, in dem Ihr Abgeordneter gesagt hat oder einen Vergleich gezogen hat zu Hermann Göring, also die Nazi-Zeit, wieder aufleben ließ. Das ist übrigens faktisch nicht ganz richtig, was er da erzählt hat. Aber mir geht es jetzt mehr um den Stil. Bleiben Sie auf Krawall gebürstet? Also zunächst muss man einmal sagen, was im Wahlkampf, darauf haben Sie ja gerade rekurriert, welches Vokabular sich auch eben die anderen Parteien auch bedient haben und bis hin zur physischen Gewalt auch im Wahlkampf durch Gegendemonstrationen. Das ist einmal dahingestellt. Aber eben auch heute stellte Herr Baumann in seiner Rede darauf ab, dass eine langjährige, jahrzehntelange Tradition abgeändert wurde aufgrund des Einzuges der Alternative für Deutschland in den Bundestag. Denn wir hätten den Alterspräsidenten gestellt. In der Tat. Aber muss man da mit Hermann Göring kommen? Noch mal. Der Vergleich war auch noch historisch falsch. Ja, Hermann Göring hat die Geschäftsordnung genau aus diesem Grund auch abgeändert. Nun, er hat den Alterspräsidenten abgeschafft in einer Sitzung, in der sein eigener Nazi-Parteigenosse, der Alterspräsident gewesen wäre. Also die Geschichte, von der Herr Baumann sprach, war gar nicht da. Aber auch heute sagte Beatrice von Storch zum Beispiel, man werde die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, man werde die Regierung jagen oder vor sich her treiben. Herr Gauland sagte ganz ähnlich, auch direkt nach der Wahl sprach eher vom Jagen. Ist das nicht stilprägend und bleibt das Ihr Stil? Also das ist ein Stil, den sich alle Parteien bedienen. Man muss einfach mal schauen, welche Tonalität sich unsere Konkurrenten bedienen. Und was damit gemeint ist, ist doch ganz klar. Das ist eine zugespitzte Form, eben auch eine echte Oppositionspartei zu sein. Denn eben in der Tat die Regierung vor uns her zu jagen, durch konstruktive Oppositionspolitik, die wir jetzt eben auch machen, weil wir eine Partei sind, die nicht angetreten ist, um alternativlose Politik durchzuwinken. Und wenn man das dann eben als Jagen empfindet, dann ist das auch ganz gut. Nun haben Sie ja heute angefangen oder einen Auftrag gegeben mit einem Vizepräsidentschaftskandidaten, der auffällig geworden ist dadurch, dass er dem Islam das Grundrecht der Religionsfreiheit absprechen wollte. Musste das sein? Haben Sie niemanden unter sich, der konsensfähiger gewesen wäre und nicht solchen Krawall veranstaltet hat bisher? Herr Glaser ist wirklich nicht bekannt dadurch, dass er ein Krawallmacher ist. Er war jahrelang Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt, und zwar für die CDU. Nun will er der Erste sein, der sagt, er hat sich seitdem weiterentwickelt. Er ist in der Tat ein Islamkritiker, und das ist eben auch durch unser Wahlprogramm gedeckt. Was er damit meint, ist doch ganz klar, und es ist das, was wir weltweit sehen. Der Islam fußt auf der Scharia. Und die Scharia ist mit unserem Grundgesetz und mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar, weil sie a. nicht die Gleichheit von Mann und Frau kennt, und b. auch nicht die Gleichheit von Muslimen und Nicht-Muslimen. Und wenn wir eben auch fordern, wie beispielsweise auch letztes Jahr, beispielsweise von dem Chef des Zentralrates der Muslime, sich ganz klar von der Scharia zu distanzieren und sich zu unserem Grundgesetz zu bekennen, dann bleibt diese Distanzierung zu Scharia bis heute aus. Nun hat der Zentralrat der Muslime sich schon vor 14 Jahren eindeutig und seitdem immer wieder zum Grundgesetz bekannt. Was Muslime schlecht tun können, ist sich von der Scharia lossagen, genauso wenig wie ein Katholik sich vom Katechismus lossagen würde. Die Frage an Sie, ohne jetzt Scharia und Katechismus vergleichen zu wollen, ist die Frage, welche praktischen Konsequenzen ziehen Sie daraus? Dann müssten Sie ja an und für sich dafür eintreten, dass dem Islam das Grundrecht der Religionsausübung weggenommen wird. Islamverbände müsste abgefordert werden von Seiten des Staates, dass sie ein Eid beispielsweise auf unser Grundgesetz schwören und eben auch nicht die Scharia. Aber nur den Muslime. Nur den Muslime und müssten sich von der Scharia lossagen. Sonst können Sie kein Grundrecht auf Religionsausübung haben. Herr Kleber, richtig, das ist ganz richtig, weil die Scharia nicht grundgesetzkompatibel ist, aufgrund der Inhalte, die ich eben erläutert habe. Wir müssen als Staat ganz genau hinschauen, was in unserem Land im Namen des Islams und in der Scharia bereits passiert. Und da haben wir extreme Strömungen, beispielsweise den Salafismus. Wir haben mehr als 10.000 Salafisten mittlerweile in Deutschland. Wir haben aggressiv sunnitisch-wahabitische Strömungen, die aus Saudi-Arabien finanziert werden. Ganz zu schweigen von der DITIB aus der Türkei. Frau Weidel, das wissen wir, das heute Sonalberichtet permanent darüber. Mich interessiert nur die konsequent, die Sie daraus ziehen. Und die ist schon einzigartig in der AfD. Aber kommen wir nochmal auf die praktische Parlamentsarbeit zurück. Die erfordert zum Beispiel Mitarbeit in Ausschüssen. Der AfD steht so nach den Gebräuchen zwei, drei Ausschüsse zu. Haben Sie da schon Ihre Augen auf einen gelegt? Wahrscheinlich werden sich die CDU und die SPD den Haushaltsausschuss und den Innenausschuss sichern. Das können die und werden es wahrscheinlich machen. Und dann sind Sie dran. Wen hätten Sie denn gern? Wir wollten eigentlich und hatten uns auch auf den Haushaltsausschuss eingestellt. Wir haben dort auch einen qualifizierten Sprecher gehabt. Und vielleicht ergibt sich das ja auch noch. Man weiß es ja nie, weil eben der größten Oppositionspartei der Sprecherposten des Haushaltsausschusses eben auch zusteht. Und das ist beispielsweise ein wichtiger Ausschuss, in dem wichtige Haushaltsfragen über die Mittelverwendung auch beantwortet und beschlossen werden. Und darum würden wir auch sehr gerne diesen Ausschuss beanspruchen. Aber wer weiß, was in ein paar Wochen ist. Was könnte da denn sein? Ja, wenn beispielsweise Koalitionsverhandlungen scheitern und die AfD vielleicht letztendlich doch die größte Oppositionspartei wird. Nun noch eine Frage zur Zusammensetzung Ihrer Fraktion. Uns fiel heute zum ersten Mal so richtig auf, dass die AfD die Partei ist oder die Fraktion mit den wenigsten Frauen ist. Nur 10 Prozent. Insgesamt ist der Frauenanteil im Bundestag zurückgegangen, aber nirgendwo so tief wie bei Ihnen. Woran liegt das? Das lag auch letztendlich an der Bewerberzahl für die ganzen Listenkandidaturen. Das ist richtig. Sind Sie eine männlich geprägte Partei? Ja. Nein, das sind wir nicht. Also Sie sehen natürlich auch in der Bundesspitze, dass wir eine recht gute Frauenquote in der Tat haben, auch in Führungspositionen. Das hat sich aber dann auch in den Aufstellungsversammlungen auch teils durch die Bewerberzahlen einfach nicht ergeben. An der Spitze ist eine Frau, mit ihr haben wir gesprochen. Dankeschön, Frau Weidel. Dankeschön, Herr Kleber. Dankeschön, Herr Kleber.